Herzlich willkommen zusammen zur Mod-Vorstellung und zwar Verträge Plus heißt diese Mod. Die erhöht die Anzahl der Verträge, die ihr haben könnt und die Anzahl der aktiven Missionen, die ihr parallel haben könnt. Wie funktioniert das Ganze? Mod runterladen, Link in der Videobeschreibung. Funktioniert nur auf PC und Mac. Könnt ihr installieren. Im Spiel aktivieren und dann seid ihr hier drin. Ihr seht, ich habe jetzt hier nur zwei Verträge. Ich kann jetzt hier sagen, Verträge hinzufügen. Dann bekomme ich hier eine Ladung Neue Verträge hinzu. Das kann ich dann nochmal sagen. Kriege ich noch mehr, nochmal, noch mehr. Und das kann ich so lange sagen, bis ich 100 Verträge habe. Wenn ich 100 Verträge habe, dann kommt nichts mehr hinzu. Wenn wir uns das jetzt hier anschauen, jetzt habe ich hier fast für jedes Feld einen möglichen Vertrag, den ich abarbeiten kann. Gut, ausgenommen ist natürlich, wenn das Feld schon jemand anderem gehört, der mit euch mitspielt, zum Beispiel im Multiplayer, dann kann es dafür keinen Vertrag geben. Aber, so kann man sich da mehrere Verträge hinzufügen und standardmäßig, wenn ich so einen Vertrag akzeptiere und noch einen akzeptiere und noch einen akzeptiere, ist irgendwann Schluss. Also, ich kann normalerweise nur, ich glaube, drei sind es, drei Verträge parallel aktiv haben. Es sind auf alle Fälle nicht viel mehr. Und mit dieser Mod jetzt hier, kann ich bis zu 25 parallel aktiv haben. Warum auch immer man das braucht, aber es ist jetzt nun möglich. Und, ja, wenn ich hier zu viel Verträge drin habe, kann ich natürlich auch sagen, hier, ich möchte die Verträge wieder entfernen. Dann werden hier Verträge rausgeworfen, bis auf die Aktive natürlich. Und somit habt ihr manuell die Möglichkeit, die Verträge zu aktualisieren, zu bereinigen, neu hinzuzufügen. Habt insgesamt eine höhere Anzahl an Verträge, Missionen, die es hier geben kann. Ja, finde ich sehr, sehr gut, die Mod hier. Grüße gehen raus an Rackman2414. Der hat die Mod gemacht. Vielen Dank dafür an der Stelle. Ja, da würde ich sagen, mehr gibt es dazu nicht zu wissen. So funktioniert das. Viel Spaß damit. Macht's gut bis zum nächsten Mal. Euer Ältes. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.